Wir sind noch nicht live. Sie können uns noch nicht hören. Okay, jetzt. Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir eine Lucky Block-Weite-Meisterschaft mit dabei der Max, der gerade noch in die Software reingehört. Wir haben die Lucky Block-Weltmeisterschaft. Ich erkläre sie mal. Wir haben ja Astral gegen Time Machine. Max hat sich die Astral natürlich ausgesucht. Wir haben die Plus 1000 und Minus 1000. Also die Time Machine natürlich Minus 1000. Und Astral plus 1000. Wir haben hier ein bisschen schon geöffnet. Und dann haben wir das alles rausbekommen, Freunde. Guckt euch den Start von Ruhe an. Drückt auf Pause. Und ich würde mal sagen, ich mache weiter. Ich muss noch was in die Truhe gucken. Legen halt, wenn das Inventar voll ist. Schön alles hier reinlegen. Machen wir mal so hier. Gold von Max gegeiert außerdem, Freunde. Das ist cool. Das war cool, das war cool. Ja, die Kohle auch. Ich muss immer alles hier reinlegen. Blöcke brauchen wir bestimmt auch nicht so. Aber nächstes Mal in der Truhe geiern, ne Max? Oh Gott, Max! Weißt du, wie ich das gemacht habe? Man darf das nicht machen. Ich weiß, man darf das nicht machen. Ja, ne wirklich. Das ist die Regel. Außerdem, wir haben hier einen Born Baby Born Stick. Der ist auch verboten. Einen Born Baby Born mit Verbrennung 500 oder so. Oder ein Taurel. Oh, wir haben schön was Cooles. Ja, Lucky Time Machine Potions. Ganz cool, ganz cool. Eine Lucky Chestplate. Geht, ist sie unterstörbar? Nein, ist sie nicht. Wir ziehen sie noch nicht an. Denn sonst kann sie kaputt gehen. Wenn wir gegen Monster oder so kämpfen. Ey, warte mal. Ich gucke mal jetzt, ob ich bei Max irgendwelche... ...was geiern kann. Okay, ich gebe es dir, Max. Hier bitte, warte. Ich zeige es dir mal. Willst du das sagen, oder? Deine. Brauchst du das? Das ist deine. Hast du überhaupt gelesen, wie viel Damage es macht? Ja, sehr wenig, auf jeden Fall. Dann kannst du nehmen. Den Diamantenhelm. Sollte eigentlich ein Astralhelm mit sein, bestimmt. So, eine Angel. Sehr gut. Ähm, wir... Ich habe die Doom Boots. Ja, nice. Außerdem, Max, wir dürfen ab jetzt nicht mehr geiern. Bei den anderen. Ja, aber bei den Minen darf man noch. Ich habe einen Doom Helm. Ich habe fast eine Doom Rüstung. Äh, volle Doom Rüstung. Ich habe ein Feuerzeug. Dann habe ich, ähm... Ja, ähm... Sehr guten Stoff. Max, weißt du was? Ich... Ich werde dich gleich zu mir seripieren, aber warte. Nein. Ich habe dich. Haha. Du bist weg, oder? Ganz weit. Ja. Was soll ich nochmal eingeben? Slash Teleport Max? Machst du, Marcel? Okay, jetzt hat es geklappt. Hi, Max. Ich kann nicht noch einmal wegstoßen. Wie machst du das? Na, mit meinem Rückstoß 1015 Schwert. Okay, jetzt machst du ja noch. Na, Max ist ja richtig wenig, oder? Der Rückstoß hier nicht... Oh, hey, wunderschön. Aber ich habe das Rückstoß... Rückstoß 1015 Schwert. Ist das zu wenig Rückstoß, oder viel? Geht schon. Der Max so. Geht schon. Oh, ich habe fast nur noch die Hose fehlt. Dann habe ich die... Oh Gott! Ich habe Diablöcke! Marcel, weißt du, was denn der Telos Day ist? Ja, da kriegt man richtig verkackerte Effekte. Also klar, weißt du, was ich bekommen habe? Kackig. Original Baro-Booten. Ja, von wenig bisschen, aber noch wenig Kraft. Ich habe einen Zerwettig. Einen Zerwettig. Die darf ich nicht benutzen. Und wir wollen hier ganz ehrlich sein. Wir wollen gucken, welcher Lucky Block besser ist. Jetzt dürfen wir auch nicht geilen und so. Deshalb halt. Oh! Wie viele Diamanten habe ich denn? Da kann ich mir Backup-Rüstungen... Oh, ich habe über zwei Stacks. Ich muss mal wieder was in die Tue gucken. Äh, tun. Ich habe... Mein Inventar ist so voll. Warum siehst du hier gleich die schöne Rüstung an? Die kann auch kaputt gehen, ne? Ich weiß. Aber... Aber... Aber scheiß drauf. Ich ziehe doch extra meine schlechte an. Ähm... Ja, glaube ich. Ich habe eine Idee. So, 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 Freunde. Ja, machen wir jetzt. Guck mal, easy. Guck mal, Freunde. Wie schnell wir das machen. Bum, 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 bum. So, unsere ganze Truhe ist schon fast voll. Da habe ich einfach was zu kommen. Äh, ich bekomme keinen vollen, weil ich so schlechtes habe. Ja. Eine Milch. Wow. Ist gut. Ist jetzt wirklich gut. Wenn ich eine Unlucky-Potion habe? Ich habe schon drei Potion. Eine Lucky-Schere. Aha. Drei Potion. Erfahrungsflöschle? Erfahrungsflöschle? Also zum Werfen meinst du? Mhm. Ein Zaubertisch. La-Pis-La-Zuli habe ich aber schon so viel. Drei. Hier habe ich noch mal Blöcke bekommen. Kann die irgendeinen? Ja. Nehme ich einfach mal die Blöcke mit. Was? So. Was? Was ist denn? Wie viel Damage hat das Schwert? Ich habe das Astral-Sword-Gott-Version genommen. Und wie viel Schalt-Damage hat das? Ja. 525 Stämme. Warum? Bitte warum? Wahnsinn. Das ist immer... Oh Mann. Wie viel hat mein Schwert? 200 Irgendwas? Ey. Max wird das Battle sowas von gewinnen. Wie viel Dings... Hast du... Hast du ein Schwert? Ja. Nur eins. 200 Irgendwas Damage. Ja. 200 Irgendwas. Ich weiß ja nicht ganz genau. Ah. Nein. Ich will jetzt nicht nach ganz hinten gehen. Oh. Thomas. Guck mal. Ich habe das verbotene Ding bekommen. Ich... Ich... Ich habe auch keine Rüstung an. Mann ey. Ach Max. Warum tötest du mich? Ich wollte gerade was machen. Ach. Mann. So. Guck mal was. Warum breitst du denn nicht? Machen wir deine ganzen Rüstung aus. Schönen Rüstung aus. Schön. Ähm. Jetzt warte. Ähm. Ich. Da. Ich wünsche dir viel Glück mit deinen Verbrennern 500. So. Mach ich weiter. Ich habe die Revanche gemacht Freunde. So. Jetzt habe ich noch eine andere die fast kaputt ist. Dann habe ich noch einen Amboss. Und dann. Am letzten habe ich noch einen Apfel. Sehr gut. Max muss jetzt auch noch was machen. Aber naja. Mach dir das Damage? Ja. Ja. Feine. Ich habe ja hier. Alter die machen ja 10 Angriff hier. 10. Ja. Ja. Weil du Dorn hast. Natürlich. Achso. So. Müssen wir einen schnellen Tag machen. So. Oh Gott Freunde. Guckt mal. Meine Truhe ist schon voll. Warte. Ich mache mir mal noch eine neue Truhe. So. Eine Dings da. Jetzt mache ich mal eine Truhe. Warte. Wie viel Damage hat mein Schwerts? Wie viel Damage? 248.500 Schwerts. Das kann nicht sein. Was ist das? Ja. Da kann ich ja mein Stuff reinlegen. Ich bin so dumm. Ja. Ja. Was denn? 64. Die aus der Kiste bekommen. Ach Freunde. Das dauert jetzt lange. Ähm. Wir machen noch Packabrüstung und so. Das wird so. Was? Guck mal. Guck mal was ich habe. Guck mal was. Boom. Boom. Ich würde mal sagen Freunde. Die Truhen machen wir jetzt auch mal die Truhe rein. die Truhe rein. Ach Freunde. Mal gucken, was wir so was von nehmen. Wir nehmen. Was können wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal diese Verzauberungsdinger. Da. Das sind die Lucky Potions. Hier gab es das. Da. Und jetzt. Zaubertisch. Stopp. Komm jetzt muss doch was cooles kommen. Warte. Jetzt kommt was cooles. Oh. Ich habe jetzt das, das, das. Ich habe keine Hose. Ich habe keine Hose. Wollt ihr eine geben? Nein. Wir machen welche Lucky Block besser als wir. Wir dürfen nichts geben. Dann. Ich habe ja genug Dias. Wie viele Dias habe ich denn? Über zwei Stacks. Also nehmen wir das hier easy mal. Ich habe auch eine Werkbank. Wir dürfen nur unsere eigenen Sachen benutzen. Das ist meine Werkbank hier. Und du darfst nicht meinen Zaubertisch benutzen. Ja klar. Ich habe auch sehr mal. Ja dann stell den hin. Und ich benutze nicht meinen Zaubertisch. Nein. Ich benutze nicht meinen Zaubertisch. Max benutzt nicht meinen Zaubertisch. Ich habe sie auch nicht. Okay. Dann mache ich mir eine Diamantenhose. Und. Mal verzauber die jetzt erstmal. Ich brauche noch Level. Stimmt. Die ballere ich mir rein. Bis. Geiern. Ey Max. Wir dürfen nichts geiern. Gib mir. Außer in den Trun. Ja stimmt. Yeah. Okay. Du hast hier gegeiert. Deshalb habe ich nur 15 Level. Ein Level. Ein Level. Ähm. Was. Ich habe nur Haltbarkeit. Ein. Max. Okay. Wie du wirst. Warte. Ja okay Max. Wie du wirst. Das ist meine. Der Prank. Okay. Ähm. Du hast voll viel Backuprüstung. Ähm Diamantos. Okay. Würde ich mal sagen wir. Geht mir in die PVP. Ich habe noch mal. Ich habe noch. Ich habe sehr viel Backuprüstung. Geht mir in die PVP. Nein. Ich muss mich noch nicht aus. Ich muss mich noch ausrüsten und so. Was machst du denn mit PVP. Ich habe zwar voll die schlechte Rüstung. Aber dafür. Ähm. Freunde. Die Lucky Chestplate. Die machen wir. Ja. Weiß ich auch nicht. Was haben wir hier noch so. Das ist verboten. Das nehmen wir mit. Ne. Wir müssen nochmal was ganz schnell gucken. Wir müssen uns noch Backup craften. Auf jeden Fall. Hat meine Rüstung. Ne. Meine Rüstung hat. Wirklich nicht. Keine Haltbarkeit. Da craften wir uns. Was hast du gemacht Max? Es ist leer. Ich habe gar nichts gemacht. Ähm. Ich habe gerade das Spiel verlassen. Ähm. Das heißt. Wir müssen nochmal unsere Dinger verzaubern. Ich habe keine Level. Ich bin auch gestorben. Ich bin so dumm. Ich gebe mir jetzt erstmal hier noch die Level. Äh. Die 64 Level. Da sind die. Und dann würde ich mal sagen. Die mache ich mir hier so rein. Mal gucken. Ob ich jetzt diesmal 16 Level ohne Max-Geier-Dinger kriege. Oh. Okay. 17 und noch ein bisschen. So. Würde ich mal sagen. Ich war zaubert. Das hier zu. Haltbar kalt. Ja. Max einmal. Erstmal leise. Denn. Zu Dornen. Dornen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Die Haltbarkeit. Alle Schutz 1. Dann nehme ich Schutz 1. Ähm. Wir haben Backup. Okay. Dann müssen wir das. Ähm. Labe die dann wegmachen. Die DS auch. Wir haben. Das probieren wir. Nein. Das nehmen wir. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir, meinte ich, das hier. Dann nehmen wir das. Das. Das nehmen wir. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir. Na okay. Doch. Das nehmen wir auch mal mit. Ich habe noch Reparatur. Kann ich das? Ich glaube das kann ich jetzt machen. Ich habe ja selber einen Ambus. Das. Nein. Ich bin so dumm. Äh. Ne. Ich bin nochmal dumm. Das heißt. Dass ich. Ja. So. Da ist er. Dass ich ja. Das verzaubern. Haben wir das Reparatur. Ich kann es wirklich mit Reparatur 1 verzaubern. Ah. Wie cool. Wie cool. Das ist richtig cool. Und meine Spitzhacke. Damit mir Max das nicht kräht. Das darfst du eigentlich auch gar nicht. Oder vielleicht jetzt auch mal. So. Ähm. Sehr gut. Äpfel habe ich noch. Ich habe auch Gold. Oder? Gold. Und die Gold. Äpfel. Kann ich mir in den Ofen machen? Ich kann mir keinen Ofen machen. Ah doch. Ich kann ja das Ding machen. Wenn es Max hinstellt. Max. Und wenn du es mir erlaubst. Nur die Blöcke hier. Kann ich die nehmen? Nein. Danke. So. Deshalb machen wir uns erstmal vor. Äh. Warte. 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 Das sind die Blöcke. Wo ist meine Spitzhacke? Hä? Wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Spitzhacke. Freunde. Ich habe so viel in meiner Truhe. Und Max bestimmt nicht. Ja. Du hast schon alles rausgenommen. So. Boah. Jetzt war alles hier schon ab. Unser Video geht schon 14 Minuten. Aber es kann ruhig über 15 Minuten gehen. Kann auch eine Stunde gehen. Ähm. Dann kann ich mir jetzt einen Ofen craften. Oder wo ist meine Werkmacht? Mache ich mir jetzt einen Ofen. Oh. Und. Ähm. In dem Ofen mache ich. Mache ich. Mache ich. Mache ich. das dir braten. Ich habe kein Gold mehr. Wirklich nicht. Ah Mann. Dann brate ich. Mach das so. Ein. Ja. Okay. Mach das so rein. Und mach als Brennstoff. Hab ja eh so viel. Ähm. Ähm. Dings der Booster. Dings der Booster. Deshalb mache ich mir dann mal. Ja. Hier mit Stecken reinlegen. Die Backup-Rüstung kommt nach oben. Das brauchen wir nicht. Auf jeden Fall. Das können wir wieder in die Truhe tun. Ähm. Das Ding können wir in die Truhe tun. Das auch. Ja. Das brauchen wir auch nicht mehr. Spinneze können wir ja noch mitnehmen. Lucky Chesspick auf jeden Fall. Ja. Hast du überhaupt schon ein. Hast du überhaupt. OP Gold Apfel. Nee. Oh cool. Ich habe welche. Ich habe auch einen Lucky Bow. Und den nehme ich auch mit. Das nehme ich. Das. 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 Und. Das. 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 Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Für den ersten Kampf. Doch. Nehme ich mit. Alles hier. Das andere brauche ich gar nicht mehr. Oder? Doch. Das. Das. Das könnte ich ja noch machen. Ich habe ja doppelt den dabei einmal. So. Und jetzt habe ich auch doppelt. Ja. So. Stimmt. Und Freunde. Ich muss ja noch das machen. Ich habe bestimmt gegen Max keine Schmerzen. Chance. Und das habe ich auch wieder einmal schön bekommen. Na? Ja. Genau. Na? Ihr müsst dann Max angreifen. Ne. Hier Hündchen. Greift dann alle Max an. Hey. Hündchen. Ich will dich zähmen. Zähmen. Gell. Du musst ihn nicht töten. Also jetzt noch nicht. Max. Das warst du. Ne. Das warst du. Das war hier. Geh doch nicht weg. Ich will doch hier. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Oh Gott. Das war ein Krüfer hinter dir. Hier komm ich will dich ziehen. Aber ich gebe dir noch mehr. Lass es Max. Geh doch nicht an den Hund ran. Lass ihn doch einfach mal. Du hast mich geschlagen. Nein habe ich nicht. Jetzt lass mich doch mal bitte Max. Bitte. Hallo Hund. Ja komm ich kann den nicht zähmen. Freunde wisst ihr was das ist? Ich kann den wirklich nicht zähmen. Hallo Hund. Ich will dich zähmen. Jetzt haut er mich. So. Habe ich wenigstens drei Hünde Freunde. Wenigstens. Guckst du etwa in meine Truhe? Wahrscheinlich. Warum? Warum? Warum ist mein Inventar so außerdem voll? Außer weh. Du hast irgendwas in mein Inventar reingelegt. Nein. Ja die Wolf. Ja eben ist was drum. Ach ja haben wir auch noch. Ja komm jetzt werde ich. Ja komm. Ja. Nehmen wir das mal hier so mit. Alter ich habe so viel. Guckst du jetzt mal meine Truhen? Nein. 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 Okay Freunde. Ja und ich muss hier gerade alles vorbereiten. ne? Ja. Können wir machen. Können wir machen so. Toten der Sterblichkeit ziehe ich mir instant an. Ja und was andere. Goldäpfel. Und Enderpern. Ähm. Ja ich weiß. Dass mein Papa da ist. Ergiftung. Ne. Machen wir jetzt für. Spinnäpfel. Okay Max. Dann gehen wir in den Kampf. Auch hier rein. Hier rein. Hier rein. Keine Ahnung. Ja hier rein. Und jeder in eine Ecke. Und dann geht's mit dem Kampf los. Spinnäpfel. 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 Geh doch mal rein. Ich wette ich bin sowas von One Hit. Naja. Okay. Erstmal alles snacken hier. Okay. Let's go. Oh mein Gott. Ja du hast ihn nicht getroffen. Die hab ich hundertprozentig getroffen. Nein. Die hab ich getroffen. Nein wirklich nicht. Ja. Es passiert nichts. Ja na klar. Dann bist du locker was passiert. Nein. Die hab ich getroffen. Ich hab Schwäche bekommen. Was passiert? Der Tod in der Beschäftlichkeit hat sich gerade eingesetzt oder was? Ich hab Schwäche. Ich hätte noch die Gott Potion. Aber die werde ich nicht benutzen. Die werde ich wirklich nicht benutzen. Was hast du denn noch mit Potion oder was? Ja er steckt fest. Der Hardy. Nein. Nicht mit dem One Hit Ding. Hat noch einen Bogen. Nein. Aua. Oh ich hab auch noch einen Bogen. Wird ja schwer mit einem Bogen zu treffen gegen Max. Hey. Ich treff dich doch die ganze Zeit. Ja wow ich auch ne. Aua. Hast du zum Beispiel mal getroffen? Ich will ja nicht so gut einen Bogen aber Nahkampf. Hm. War ein Nahkampf halt? Ist das wirklich dein bestes Schwert? Sowas dummes? Ah Gott. Ne 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 Max. Das machen wir nicht ne. Aua. Ich hab meinen Bogen nicht noch. Doch hab ich sogar. Jetzt bist du hinten bei den Spinnlätzen ne. Jetzt ob du mich ganz gut triffst. Maxi bist Hacker bestimmt. Bestimmt. Bestimmt Hacker. Was ist jetzt? Komm stirb doch endlich. Hast du überhaupt noch Leben ey. Ja klar. Macht der Bogen die. Ja der zieht aber ein bisschen wenig auf. Wenn du. Warte. Ich konnte mich nicht bewegen. War das das One Hit Schwert? Ne. Okay. Okay Freunde. Dann würde ich mal sagen. War das dieses 500 Damage Wert? Ja. Ja. Okay. Dann. Drei. Zwei. Eins. Go. Warum? Kannst du spammen. Ja wahrscheinlich kannst du es nochmal benutzen. Oder magst du es nochmal benutzen oder? Zwei zu null für die Astralaki Blöcke. Das ist richtig spannendes Battle hier. Ach ne. Okay drei. Okay let's go. Ja was. Stimmt. Ich hab die Enderperle nicht. Ah doch hab ich es aber. Ich bin sehr dumm. Hallo Max. Gut. Na Hadi. Na. Geht's dir noch gut? Ich hab ein Totem. Meine Doomboots sind auch gleich kaputt. Die Kopp. Potion nehm ich nicht. Das kommt so voll schwer zu treffen. Weil ich mich immer bewegt. Ja du auch ne. Aber ich glaube ich hab mehr Pfeile als du. Ne ich hab eine Endlichkeit deshalb. Ach so. Hallo. Du hast bestimmt nur ein Pfeil. Ich hab 64. Ne ich hab zwei Stacks. Yo. Jetzt ob dir mein Bogen nix abzieht. Ey. Feierabend. Was geht? Ich bin halt schon gut zu werden. Warte ich komm hier. Cool. Wo bist du? Komm Max. Was machst denn du da? Ey. Ich bin schon wieder auf dem Flugzeug. Was machst du? Warte da Max. Es steht 2 zu 0. Na weil such dir zu. Ey ne. Ich lauf jetzt einfach rein. Willkommen mal. Ja gerne. Gehst du? Na da hat der Hardy Angst. Komm. Jetzt geht schon die ganze Zeit weiter. Na komm. Komm Max. Ne du musst aber in die PvP Arena rein. Du lass mich um dich um dich rein. Ne. Ne. Dann mach. Geh doch einfach rein. Nein. Fuck. Er kann das One-Head-Schwert nochmal benutzen. Das ist ja kackt. Oh Gott. Du hast mich fast getroffen. Das war sowas von knapp. Ne. Ich will den Labe-Eimer hinplacen. Aber kann ich jetzt nicht. Ja. Da frisst der ein Goldapfel. Ne. Oh Gott. Was machst du denn? Na. Ja. Tschuk. Ja wahrscheinlich ist noch eine Enderperle. Nie im Leben. Was machst du? Ich mach's auf. Ah so cool. Kannst du machen. Wir beide treffen uns die ganze Zeit nicht. Ja. Habe ich getroffen. Das ist so eine Au-Pair-Strahl-Rüstung. Du triffst mich die ganze Zeit gar nicht. Ja. Okay. Ja. Ich sag mal Tschüssi. Komm doch. Ja gerne. Na. Ist tot. Nein. Nein. Ich hab nicht mein Leben voll. Äh nicht. Ich hab nicht mein Leben voll. Hä? Also Austral ist zu Au-Pair-Ausgerüstet, Freunde. Das geht so nicht. So Freunde. Wir haben jetzt was anderes nochmal genommen. Das ist auch sehr gut. Nur das bringt uns nicht so viel. Das bringt uns was. Komm Max. Wir nehmen keine Lucky Potions, Freunde. Diese live. Das nehmen wir einfach nicht. Aber halt nur die ganz normalen Potions. Hä? Noch nicht. Es geht noch nicht weiter. Nein. Noch nicht. Lass mich jetzt mal. Ich hol mir jetzt noch einen Toten der Umstärfigkeit. So. Hat jetzt nicht gezählt. Gehen wir uns. Gehst du mir jetzt ein? Ja. Ja. Du kannst ihn auch nicht. Nein. Weil du mich gerade gehauen hast. Und das solltest du mir gar nicht. Und da ist ja mein Ding kaputt gegangen. Okay. Ähm. Geete. Cheete. Nicht Geete. Ja. Und der Geier. Der Geier. Max. Sagt nicht mal, dass meine Rüste kaputt gegangen ist. So ein Geier. So ein Geier. Okay. Dann geht es jetzt erst weiter. Ja. Bruder vor Luder. Ey. Was ist das? Komm. Stürp Max. Ja nice. Du stirbst nicht. Ja. Mit dem One-Hit-Schwert. Ist das dein Ernst? Ja. Ja. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Äh. 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 So. Ah scheiße. Was mache ich für eine Scheiße? Oh Gott. Oh mein Gott. Das war gerade sowas von knapp. Ich hatte keine Rüste mehr. Hä? Schlägst du mich? Hä? Hattest du viel Lehm verloren? Äh. Ja. Ich hatte nur noch ein halbes. Ich weiß nicht mehr. Alter. Das war gerade sowas von cool. Alter. Hä? Da gibt es ja. Hä? Sag mal. Da hat der Max. Da hat der Max was gesagt. Wo bist du? Ja komm jetzt rein. Aber. Ich laufe jetzt rein. Ja. Geh rein. Jetzt. Stürbt doch ihr Viecher. Ich kann nichts machen Max. Die. Nein. Jetzt bin ich im Spinnnetz wegen denen. Geht schon weiter? Nein noch nicht. Gott ey. Was ist denn? Ja geht selber in die Spinnnetz gerne. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Mach ich jetzt einfach. Ist mir egal. Du gewinnst die ganze Zeit. Das nervt auch. Und. Und du hast mir nicht gesagt. Dass. Ähm. Dingsabumms. Dass meine Rüste noch kaputt gegangen ist. Ja wahrscheinlich. Hä? Oh Gott. Was los. Digam. Ja komm jetzt. Hier noch. In die Lava. Ja ey. Ich weiß. Aber die Hexen greifen nicht an. Es steht noch immer 2 zu 0 ne. So tschüss. Jo. Ich hab einen gleichzeitig an den Trank auf dich geworfen. Und die Hexe. Hast du Hüsa? Was? Hast du Hüsa? cool. Ja. 2 zu 1 von. Das ist ein sehr cool. 2 zu 1. Wir nehmen gerade. Wir nehmen. Wir nehmen. Wir nehmen schon 30 Minuten auf. Ne? Ja. Ich verlasse jetzt das Gelbe. Nein. 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 Ich verlasse jetzt das Gelbe. 2 zu 1. Ich weiß es noch ganz genau. 2 zu 1. Ich spaw nur noch ungefähr 5 Mobs. Aber das sind die gleichen Magma-Würfel und Hexen. Ungefähr von Magma-Würfel. Die kleinen für ein bisschen. Und das war es dann auch schon. So. Okay. Dann würde ich mal sagen 3. Ähm. Warte. Ich muss nur hier so. Okay. 3. 2. 1. Go. Es ist so cool. Es ist so cool. Da schießt er mit dem Bogen auf mich. Äh. Da. Oh Gott. Ich bin so dumm. So. Hey. Nein. Mein Chessplate hast du heute? Ja. Ich habe 3 Chessplates gehabt. 2 Backup. Daher mache ich mir auch immer Backup-Rüstung. Hä? Hast du was einmal? Ja. Nein. Doch. Aber nicht mitgenommen. Deswegen löscht sich das Ganze. Die. Nee, ne? So. Ist gerade wieder was bei mir kaputt gegangen? Oder? Habe ich das nur geträumt? Nee. Ja, aber schon. Ja, stimmt. Volle Rüstungsbalken. Ich glaube, die Hose ist sogar schlechter. Nee. Ja, 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 nein. So. Jetzt hier. Jetzt hier bitte. Danke. Danke, Frau Frank. Geh. Na, danke, Frau Frank. Geh. Und du? Nein, du gehst ja nicht rein. Ja. Okay, er ist rein. Aber er hat sich wieder gelöscht wegen der Rüstung. Na. Hast du gerade eine Ende? Wolltest du gerade eine Ende? Ja. Drei zu eins für das Astral. Ich habe meine Wölfe doch gar nicht benutzt. Aber die kann ich machen. Ist egal, aber die kann ich nicht auch machen. Drei zu eins für die Astral. Wir machen hier bis fünf. Deshalb gehen. Ja, mir fehlen noch vier. Ja, okay. Drei zu eins, go. Warte, lass mich gehen. Nein, warte. Ja, und jetzt wieder mit deinem Bogen, ey. Will er mal nur das Astral? Oh Gott. Nein. Hä? Loll, guck mal, ich habe mit diesem Astral-Wort, das ist ja das Schlechtere, habe ich einfach dem Hund auch noch mitgekillt. Vier zu eins? Hä? Ich kann nix. Ey, warte, lass mich nochmal an meine Drohung gucken. Ich denke, ihr kann auch nicht. Hä? Wie kann das denn sein? Was habe ich hier falsch gemacht? Achso, ich habe noch Schnee. Was habe ich hier falsch gemacht? Loll. Ich habe Astral-Troll-Schneebälle. Mhm. Aber die bringen nix. Das heißt, das heißen die auf Troll. Ich weiß nicht, Freunde. Ich gehe mal auf dem Aufleidekabel, okay? Äh, wie warst du? Ähm, halbe. Halbe, halbe, halbe. Okay. 50. Oh Gott, Freunde, das war jetzt... Naja, ich nehme mal jetzt das hier. Mal gucken, ob das irgendwo ist drin. Ich weiß es nicht, Freunde. Es sind vier zu eins. As Time Machine ist sowas von schlecht, ne? Oh Gott. Okay, 3, 2, 1, go. Ich jetzt auch ein Gottweifel, ne? Hä? Warte, 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 warte. Ah, okay, okay. Jetzt geht's los. Da will er wieder mit seinem Bogen kommen, aber schafft er leider nicht. Ich mache jetzt einen geilen Move. Nämlich so. Und dann, tschüss. Tschüss. Wieder kräftig an. Warum denn? Wenn ich störe. Ja, ist ob. Jetzt tschüss. Ey. Nein, was hast denn du? Ey. Wie, bitte, wie machst denn du das? Ich habe gewonnen. Ich hatte ja noch eine Backup-Chef vielleicht. Wie machst denn du das? Schlag mich mal. Warte. Schlag mich mal. Ja, ich konnte gar nichts machen. Jetzt guck mal, das wollte ich eigentlich noch machen, oder? Kann ich mal kurz nach dir kommen? Nach der Schaden. Was denn? Ne, komm mal her. So, hier. Ich mache mal ein Lava-Place, damit du endlich wieder mal stirbst. Warte, komm mal kurz her. Ich will mal gucken, wie... Sau, das stört eigentlich. Ich will mal kurz auf. Nein. Ich will mal gucken, wie viel Schaden mein Astral-Wort angemacht hat. Warte, warte. Warte! Warte, gleich muss ich mir noch voll herzen. Ja, du brauchst noch einen Helm, ne? Das ist glaube ich. Ich habe auch keinen. Darf ich einen sehen? Ne, ich will mal... Ne. So, okay, let's go. Mach mal. Entschaden. Fünf Komma... Äh... Fünfeinhalb. Ich habe Verbrennung 5000, ne. Wie viel macht dir das hier? Komm her. Okay, ich lass dich jetzt noch... Ne, das ist... Es macht mir keinen Schaden, die Verbrennung. Ich habe eh Feuerresistenz auf mein Ding. Ah, ich lass dich... Ne, mach, ne, mach. Wie lange hast du noch Verbrennung? Noch ungefähr für... Zehn Minuten. Schack mich einfach. Einen Schaden. Schärfer Einschwert macht mir nur einen Schaden. Ich wusste, dass du ein Schärfer Einschwert machst. Und wie viel macht ihr wo? Wie viel macht ihr eigentlich das hier, ey? Komm mal, guck mal. Ich hab eigentlich... Ich hab ein 248 Damage-Schwert. Wie viel macht ihr das hier? Ja, äh... Ich hab viel Herzen. Ich kann nix machen. Ich hab drei Herzen. Okay, dann. Tschüssi. Nein, du Lappen. Ich will noch mein Stabauer haben. Ja. Komm, du hast Diamantstiefel mit Schutz 1 gehabt. Mhm, hab ich vertaut. Okay, Freunde. Das war ein sehr verdienter Sieg. Na, nicht so verdienter Sieg. Für die, ähm... Time Machine Lucky Blöcke. Ich will, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Max, oder? Ja. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns bei unserem nächsten Lucky Block Weltmeisterschaft Video. Ich weiß nicht genau, wann das kommt. Aber du kriegst eh keinen Schaden, ne? Ja. Stärkst du doch. Okay, Freunde, tschüss, Max. Äh, tschüss, ja, ja. Tschüss, Max. Und tschüss, Leute da, Zuschauer. Ey, warum schreck ich nicht? Wollte mich auch krass, wenn du das hast. Ähm. Max, ich wette, das macht dir nur... Wollen wir das Spiel verlassen? Weil es kann schlafen auch. Weil... Vielleicht haben wir noch ein bisschen... Hast du noch mal andere Mal? Nee. Was machen wir jetzt? Erst das Video beenden. So, Freunde, das hatten wir noch alles, die das in den Posten noch nicht benutzen. Aber unser Video ging ungefähr 40 Minuten jetzt, Max. Was sagst du dazu, dass es 40 Minuten ging? Nein. Das ist das Weltmeld... Das war jetzt mein längstes Video auf dieser ganzen Welt. Äh, bei mir halt. Und dann würde ich mir sagen, Freunde, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Lucky Block Weltmeisterschaft. Benutzt mal mein Schwert. Komm, jetzt hier, Verbrennung 500. Prima. Das macht mir ja gar keinen Schaden. Ja, das ist neu. Benutzt mal mein Schwert. Benutzt mal mein Schwert. Nein, nein. Nee, mach jetzt nicht. So, tschüss, Freunde.